Hallo Leute und willkommen zurück zu A Plague Tale. Wir haben Kräfte erreicht. Kannst du den nicht wieder angreifen? Bamm. Weg ist er. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Oh, und dann haben wir hier so ein Räumchen wieder für uns. Ressourcen für alle da. Ressourcen ist für alle da. Wir haben genug Ressourcen hier, das stimmt. Aber reicht es, um irgendwas zu verbessern? Ich habe ja das letzte Mal schon was verbessert, aber es reicht noch nicht. Das ist natürlich schade, schade. Schade, schade. Es fehlt also noch was. Hier ist noch was. Wir brauchen halt diese Dingens gar nicht. Können wir hier rüber? Aber da sind Ratten. Wo Ratten sind, müssen wir bestimmt hin. Weil da, wo die Gefahr ist, da sind auch wir. So, da muss ich nicht lang. Bamm, 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 bamm. Ich finde es richtig, richtig cool hier. Ah, guck mal. Aber da sind doch die Ratten, die wir... Müsse ich die vielleicht mit Luminosa und so? Ah, da fehlt mir aber was. Da fehlt mir was. Aber einen habe ich noch. Erledigt. Oh, ich kann noch was einsammeln. Episanguis kann ich einsammeln. Okay. Kann ich davon wieder ein... Nicht genug Material. Das ist natürlich schade. Nee, aber wir sind richtig hier, glaube ich. Da hinten sind Ratten. Toll, da kommt einer. Nee, lass das mal lieber runtersacken. Ich möchte nicht entdeckt werden. Okay, der latscht da lang und der latscht da lang. Der guckt gerade nicht. Dann gehen wir mal hier rüber. Boah, er sich wieder umdreht. Ah. Witzel von 14. Brauche ich also nicht. Au, 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 au. Hoffentlich hat der andere nichts bemerkt. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Es ist immer noch knapp. Es ist immer noch knapp. Komm, bemerk nix. Bemerk nix. Schiss. Okay, wenn der eine jetzt kommt, dann kann der nächste vielleicht erledigt werden. Was ist dir denn passiert? Alarm! Wir haben einen Eindringling. Wahrscheinlich bewaffnet. Komm, stopp sie! Ah, okay. Das ist scheiße gelaufen. So, und was mit dem da oben? Können wir nicht die Ratten befreien? Guck mal, die Ratten sind wieder da. Control. Scheiße. Ach, war wieder so ein Ratte-to-go-Tot. Oh, ich bin so weit gekommen. Ach, ich sterbe die ganze Zeit. Das nervt. Und ich weiß nicht, wie ich den Typen oben fertig machen soll. Das ist mein größtes Problem. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin schon am schwitzen und keine Ahnung. Mein erster Plan ist auf jeden Fall, hier dieses Feuer zu löschen. Das ist immer eine gute Idee bisher. Wie kann die Ratten nämlich? Das ist immer ein Protégé. Das ist alles hat mich verändert, seit seit drei Jahren. Vielleicht ist nur jemand anderes ein Protégé. Hä? Oh, nein. Ja, so langsam für die Linie. Ich sterbe immer. Ach, doch. Das ist mein Problem. So. Ich bin schnell rüber. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Die Talis hat sich verändert, seit der Träger ankam. Vielleicht ist nur niemand anderes sein Protégé. Ich bin schnell rüber. Okay, sehr gut. Kommt noch einer? Können wir noch mehr Ratten holen? Ja, haben wir. Sehr gut. Die haben wir alle erledigt. Jetzt muss ich nur noch den da oben hinbekommen. Den krieg ich nie hin. Das ist die Scheiße. Ich muss erstmal sein Feuer da oben löschen. So, sein Feuer ist gelöscht. Er schießt halt. Das ist das Problem. Passiert uns eigentlich was, wenn wir da durchgehen? Oder nicht? Das ist so kacke, ey. Das ist so kacke einfach. Er guckt halt gerade in die andere Richtung. Deswegen können wir hier zumindest die Sachen alle holen. Ich bin so oft hier schon gestorben. Kein Bock mehr, ne? So, gehen wir mal in die Ecke. Ich krieg den Typen da einfach nicht hin. Super ätzend. Ich möchte das jetzt endlich schaffen. Ich muss ihn irgendwie da... Also er wird nicht runterkommen. Und ganz hinten in der Ecke ist halt auch noch einer. Ich krieg die unten, krieg ich eigentlich alle hin. auf die eine oder andere Weise. Ich muss mich sehen. Achtung, wach! Niemand hat mich so das seit dem Angriff auf das Versteck der Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgestiegen. Was ist es? 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 Komm, Männer! Wir haben hier Eingriffiges! So. Zwei auf einen Streich. Wie gesagt, nicht auf die perfekte Art und Weise. Aber, dass die weg sind, ist eigentlich schon mal gut. Dann müsste wir uns da oben eigentlich schon bemerkt haben. Oh, jetzt geht der da lang. Ich glaube, wir müssen einfach mal entgegengesetzen. Und da lang, wo er lang geht. Sehr gut. So, jetzt ist das Licht da aus. Na? Ja. Bist du hier auf der Lauer? Ich merke es schon. Vielleicht gehst du ja nochmal rüber. Auf die andere Seite oder so. Okay. Scheiße, jetzt hat er mich doch entdeckt. Richtig blöd. Ja, ich glaube, je mehr... Je mehr wir da hingehen, desto besser. In diese Richtung. Weil da ist er gerade nicht am gucken. Irgendwann werde ich eines Tages diese Stelle hinbekommen. Können wir noch irgendwas erstellen? Leider nein, weil das Inventar... Nee, das Material ist nicht da. Okay. Wie kann ich denn mal die Ratten zu ihm hinlocken? Das nicht. Leider nein. Leider nein. Ich möchte eigentlich ein bisschen an ihn rankommen. Wir müssen aber, glaube ich, die Feuer in der Ecke löschen. Guck mal, jetzt kommt er wieder rüber. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Dreh dich wieder um. Guck mal, wie die Ratten hier so süß gerade... Gucken. Ja, geil. Jetzt guckt er hier genau... Jetzt ist er genau hier bei uns. Oh, der macht mir das Leben schwer, der Bogenschütze da oben. Ehrlich. Dreh dich um. Sehr gut. Sehr gut. Schnell da hin. Yes. Hier ist gut. Hier ist super. Kommst du mal auch rum hier, sonst werden wir entdeckt, dank dir. Geil. Okay. Vielleicht können wir ja nochmal irgendwie... Weiß ich nicht. Wie kriegen wir denn die Ratten hier mal rüber? Aber die sind ja eigentlich schon bei uns, ne? Wann weiß ich denn, wann er da ist? Jetzt kommt er gerade rüber. Vielleicht können wir ja mal das Feuer da hinten löschen. Yes. Jetzt haben wir ganz viele Ratten hier. Ganz viele Rattis. Mhm. Aber wie mache ich... Ach, guck mal, jetzt ist er da unten. Yeah, endlich. Endlich. Und den da hinten? Wir nehmen alles mit hier. Wir nehmen alles mit. Habt ihr großartig gemacht, Ratten. Das habt ihr großartig... Juhu, das hast du gut gemacht. Wir gehen langsam wieder runter. Und hoffen wir, dass der Typ da hinten sich jetzt nicht umdreht. Aber natürlich guckt er genau zu uns. Dreh dich mal wieder um, Brudi. Dreh dich um. So weit bin ich noch nie gekommen. Oder wir machen sein Feuer aus. Aber er hat eine Fackel in der Hand, ne? Das müssen wir anders machen. Frischt Feuer. Können wir auch gleich nochmal mehr erstellen hier. Das ist gut, das ist lebenswichtig. Sehr gut. Okay. Was? Was sehe ich mir denn noch? Hab ich den! Scheiße. Kommt, nehmt ihn euch, nehmt ihn euch! Oh mein Gott, war das knapp! Oh Gott, ich hab richtig Panik bekommen. Ich wollte nicht alles nochmal machen müssen. Ich glaub, wir haben jetzt... Oh Gott, mein Herz, ey. Ich kann nicht mehr. Ich bin so oft gestorben. Schatz. weiter, weiter, bloß weiter. Zwei Wachen, eine für jeden. Es ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das, oder die Ratten. Das muss das Ende der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig ist. Wo sind denn die Ratten? Haben wir Ratten hier? Bei ihm muss ich das löschen. Ich würde eher vorschlagen, dass wir den fertig machen. Nehmen sie ihre komischen Helme ab. Das haben wir auch noch, dieses komische Gift Zeugs. Wie war das denn mit dem... Zwingt Gegner, die am Kopf getroffen haben, ihr Helm abzunehmen. Ja, okay. Wir haben aber nicht genug Material. Hm. Ja. Dann können wir eigentlich nur von dem einen das löschen. Aber es geht doch nur mit Ratten. Oder so. Wir können nicht alle töten. Wir brauchen Ratten. Rattis, wo seid ihr? Können wir euch irgendwie befreien? Ihr seid da unten alle, ne? Ihr kleinen... Ihr kleinen Rattis, ihr Mäuse. Ja, wie machen wir es denn jetzt? Einen von beidem. Und wenn wir nochmal da hinten zurückgehen... Geht das? Kann man zurückgehen? Natürlich nicht. Und da wären ja Ratten gewesen. Deswegen ralle ich gerade nicht, wie ich den anderen töten soll. Kümmerst du dich um ihn? Verlass dich auf mich. Ich... Ja, hab ich euch. Schön. Ich hab mich... Was glaubst du, tust du da? Psst. Es ist wie schlau. Ist alles gut? Das war haarscharf. Dann los. Aber mir geht's gut. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner... Du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein... Willst du das übernehmen? Rodrik, du bist dran. Ist recht. Mhm. Durch mit euch. Schnell. Ja. Ja. Bin dabei. Vorsicht. Die Ratten möchten rauskommen, dann müssen wir die Feuer löschen, würde ich sagen. Aber die gucken alle immer, die gucken alle immer. Scheiße, der ist ganz sicher nicht. Dann kriegen wir... Wie kriegen wir die Bogenschützen in meiner? Die Bogenschützen sind hier so mein Problem, ne? Momentan. Ja, ich weiß, du weißt, wo wir sind. Das ist die Scheiße. Achso. Es senkt sich schon ab. Er ist sich schon nicht mehr mehr sicher, ob er uns wirklich hier hat in der Ecke. Schön. Und nun? Bewegst du dich auch nochmal wieder weg vom Fleck? Oder bleib der jetzt für immer da stehen und ich komme hier nicht mehr raus? Könnte bis hin zu den Kisten. Wir müssen halt einfach näher ran. Na? Yes. Oh, das war natürlich super hier. Ganz tolle Aktion. Okay, wir löschen das Feuer. Und schon die Ratten her. Okay. Okay, hören die hier nicht. Sind die so weit weg, oder was ist das Problem? Mhm. Und denn? Okay, er kommt hier lang. Dann gehen wir weg. Okay. Okay. Jetzt habt ihr mich richtig wütend gemacht. Ja. Laubt nur. Das wird ein Spaß. Wenn ich euch kriege, seid ihr tot. Idiot, idiot. Ja. Äh. Hier holen wir die Ratten hinher. Okay, die sind schon mal hier. Das ist gut. Yes. Das war das, was ich wissen wollte. Ob die Ratten ihn da oben angreifen. Okay. Ja, geil. Okay. Ich glaube, wir müssen nicht mehr lauern. Nö. Einfach mal unsichtbarerweise. Die Ratten hier oben hingelockt. Hat geklappt. Ja, wir sind ja schon unterwegs. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Lass mich mal den ganzen Bumms hier auch noch einsammeln. Okay. Ab ins Haus. Schaffen wir. Ah, verschlossen. Ich brech sie auf. Danke, Rodrik. Rodrik. Dir zeig ich's. Er mit seiner super Power. Rodrik, geh in Deckung. Ugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Aber wir müssen erst mal das Feuer bei ihm löschen. Ihr habt Glück. Ich habe sie gefunden. Ihr bekommt noch was. Oh. scheiße ich habe nichts mehr zum erstellen scheiße können wir rein nein ich habe immer noch nicht genug materia was mache ich denn jetzt keine feuerlöschung so ein scheiß ja ja hallo okay er ist scheiße einer ist gestorben wir brauchen material nein 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 wecker kacke ich mache es mal im nächsten part weiter leute mein herz ich kann nicht mehr gerade ich will das einfach nur noch geschafft haben hier diese ratten wir haben eigentlich schon so gute fähigkeiten aber halt die materialien ausgehen so aha bis zum nächsten